Ach, Mensch. Hätte jemand was dagegen, wie ich cheaten würde? Nein. Ich lass es. Ich will ja kein Cheater sein, ne? Ich bin ja gegen Cheaten. Was ist denn mit der Musik los? Musik, du bist ruhig. Musik? Ist gerade Totenstille. Ach, jetzt kommt wieder raus. Okay, ja, gut. Mann. Drei Jahre später. Also, wenn ich oben bin, hat mein Minecraft-Skin, also der Krümmelmonster hier, fetten Krümmelbart, also so einen fetten blauen Plüschbart, wie Santa Claus und auch noch mit fetten Keksgrümmeln und alles drinnen. So, von mir ist auch noch mit Vogelnestern. Bitte, bitte, oh, gut. Cool, man kann hier sogar lang. Bei solchen Dingen habe ich jetzt immer mehr Angst bekommen, weil mir ist schon vorgekommen, dass hier irgendwelche Schnüre liegen. Das mag ich irgendwie überhaupt nicht. Gut, ich bin in einem Raum. Ich habe einen Eidplop, ne? Moment, da bin ich gekommen. Macht der Raum irgendwas Bestimmtes? Also. Boah, Entschuldigung. Also im Moment sieht es nach nichts aus. Deckel, Deckel, Deckel. Gibt es denn mal irgendwelche Tipps? Ich darf nichts abbauen, ja? Wo kriege ich den her? Darf ich das? Lücke in der Regel. Keine Block abbauen. Das ist kein Block. Das ist nicht indirekt ein Block. Okay. Das sehe mir egal. Ich gehe jetzt da rein. Kech gehabt. So. Ah, ein Goldhelm. Schutz und Atmung. Okay. Tut mir leid. Also, ich mache das ja. Wo sollte ich jetzt den Schalter herkriegen? Gut, das war jetzt... Das ist sicherlich irgendwie anders gedacht. Tut mir leid. Ach, da war ja ernsthaft... Tatsächlich. Oh, Mann. Ich sage ja, meine Angst ist nicht unberechtigt bei solchen Sachen. Also Musik, du setzt auch ziemlich lange aus, oder? Hat er jetzt gerade ein Problem, oder sind es allgemein die Pausen in dem Lied? Äh, in den Liedern. Naja, egal. Gut, wir gehen jetzt auf die Brücke. Es wird schon mal Nacht. Weg mit dir, du Ei. Weg mit dir, du Ei. Gut, wir haben den Red Key. Den roten Key. Roten Schlüssel. Und wir gehen damit in Dings, da... Keine Ahnung. Auf jeden Fall Lava. Und Lava ist gleich Bedrohung und Bedrohlich und Angst. Soll ich die jetzt... Ach, ne, die kann ich ja nicht umbenennen. Ha, ha. Gut. Mo, ha, ha. Gut, wie sieht's denn hier aus? Äh, Feuer macht Angst. Äh, muss ich hier irgendwas machen? Ich hab Lava Blubbern. Schau mal, definitiv kein gutes Zeichen. Äh, ich sehe Lava, das ist auch kein Zeichen. Definitiv nicht. Aber, ich, ich mag die Lava schon nicht mehr, weil irgendwie seit der neuesten Version, ähm, 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 ja, zünden dich, äh, zünden einen die Funken irgendwie schon an. So dass man auch Schaden kriegt davon, und das ist ziemlich nervig. Kann ich ja irgendwie hochjumpen, oder hab ich jetzt irgendwas? Ach. Apropos hochjumpen. Ich kann hochjumpen. Hey. Natürlich. Ähm, boop. Wenn das nicht klappt, ich schiede mir meine Sachen so, du. Hat er Schwein gehabt. So, goldene Brustpanser mit Schub. Das ist doch schön. Ne, 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 ne. Das wär ja irgendwie blöd, dass die Schutz 5 von da sind. Sonst irgendwas. Feueres, oh, Feueres. I love you. Naja, nicht unbedingt, nicht direkt, aber egal. Und der Blackie, yay. Ich schlafe erstmal so in drei Minuten Feuer. Das ist Tänz. Na, nicht auf die Kiste. So, jetzt kannst du mir Feuer, jetzt kann mir Feuer auch nichts machen. Ui. Nein. Nein. Bitte nicht. Ui. Okay, du kannst mir nichts mehr. Tschüss, tschüss, tschüss. Okay, eine meiner Hassinseln. Nein, sorry. Ähm, natürlich nicht. Also, die gefiel mir bis jetzt. Also, ich weiß nicht. Ich hab ein Schwert und Brot und ich weiß nicht, ob peaceful oder dings. Ich weiß nicht. Ich will jetzt auch nicht unbedingt auf, äh, auf, 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 auf Easy schalten, weil dann hier irgendwie Creeper spawnen könnten und die Map zersprengen. Das ist irgendwie auch so eine Sache. Tut mir natürlich leid, wenn ich jetzt irgendwie das ganze Map-Geschehen dadurch beeinflusse oder verändere. Das ist jetzt auch nicht so meine Absicht. Ein schöner Brunnen am Bus. Am Boss, nicht am Bus. Ich nehme an, der sollte da nicht mehr so stehen. Gut, dann gucken wir mal. Wo muss der Blackie hin? You need the... Oh, hallo. Oh, ich denke, ich hab was für dich. So. Eine Insel. Eine kleine Insel, die vertrauenswürdig aussieht, aber... Gut, ich halte trotzdem die Augen offen. Es hieß ja, auf jeder Insel sind Secrets. Und ich liebe ja Secrets, wie ihr vielleicht nicht wisst. Hust. So, dann schauen wir mal weiter rum. Angst? Noch mehr Angst? Nein, da kriegst du mich nicht runter. Definitiv nicht. Da springe ich für jedes Secret noch nicht mal runter. Secret, oh. Secret runter. Ich weiß nicht, sieht es hier aus. Ich will nicht. Nein. Da krieg ich immer mein Herz flummern. Ich mag das irgendwie nicht mehr. Ich bin nicht mehr so der... Der Typ. Oh, ich mag allgemein nicht, wenn... Es ist dunkel. Stimmt ja. Da war ja was. Wow. Jetzt ist es auch nicht unbedingt viel heller geworden, aber... Und man sieht schon mal mehr. Redstone. Hallo, mein kleines... Redstone vorkommen. Ähm... Ähm... Wenn du jetzt da verlangst, soll ich da drauf springen. Nein. Kriegst du mich nicht. Nein. Och, nee. Achso. Gut. Schon gut. Ich wollte mich nicht beschweren. Ich wollte mich nicht beschweren. Ähm... Es ist ziemlich dunkel. Fackeln hat man mir ja nicht gegeben, ne? Genau so, Typ. Au. Ich nehme an, hier sollte doch was spawnen. Äh... Easy. Vateroni. Äh... Ja, Loki. Oba, oba, oba. Ist gut. Ist gut. Wo ist denn? Wo bist du? Ich seh dich mal lieber. Am Arsch. Ach, da unten. Ich bin aber auch blind, so schare ich euch. Auf Easy geht es mir besser. Achso. Ah. Ähm... Nein? Nein, tut mir leid. Ich seh nicht. Das ist ja eklig. Ach, hier geht's auch. Aber. Ist gut. Hau ab, du haut ab. Meine kleinen Freunde. Ihr bösen, bösen Skeletter. Ich mag euch irgendwie nicht mehr. Die haben ja jetzt eine neue KI bekommen ab 1.5. Ist ja die neue Version. Äh... Probier ich es auch. Ach nee, darf ich... Darf ich bitte wieder auf Peaceful spielen? Da ist mir ein Pussy. Ich bin aber scheißegal. Hau ab, du. Kein Bonus. Auch weißt du, warum müsst ihr auch nur zu zweit kommen? Ihr geht denen ziemlich auf die Nerven. Haut ab! Ich mag euch hier nicht. Kusch. Komm, was wollt ihr haben, damit ihr abhaut? Geht doch. Äh... Ähm... Die Yellow Key habe ich natürlich... Ach, das Schwert ist schon fast abgelaufen. Oh, ich will aber auf Peaceful spielen. Ich schwör's euch, also. Oder darf ich... Entschuldigung. Ähm... Oh, darf ich wenigstens auf Easy schalten? Äh... Auf Tag schalten? Mein Gott, ich bin ja irgendwie komplett verwirrt. So, Hot and Cold. Photo Point 2. Ja... Foto gemacht. Gut, ähm... Wir laufen mal rum. Nichts versteckt. Ähm... Ja, hier ist versperrt. Da anscheinend nicht. Okay. Was steht denn da dran? You need the Area Key. Okay. Oder Arania. Ach, keine Ahnung. Ja, das ist ein... Schöner Plaket. Äh... Planet. Nee, Insel. Genau. Planet vor allen Dingen. Gut. Schauen wir mal weiter rum. Natürlich eben einen krassen Leck gehabt. Ach... Ja, ach ja. Eine Sandinsel. Eine schwimmende Sandinsel. Gut. Duki. Ich glaub, ich will ja schon mal weg von der Insel. Ich glaube, ich will ja schon mal weg von der Insel. Ich glaube, ich will ja schon mal weg von der Insel. Ich glaube, ich will ja schon mal weg von der Insel. Ich glaube, ich will ja schon mal weg von der Insel. Ich glaube, ich will ja schon mal weg von der Insel. Ich glaube, ich will ja schon mal weg von der Insel. Ich glaube, ich will ja schon mal weg von der Insel. Ich glaube, ich will ja schon mal weg von der Insel. Ich glaube, ich will ja schon mal weg von der Insel. Oh mein Gott. Ernsthaft? Das kannst du mir noch nicht antun. Oh. Okay, fünf Lecks. Jahre. Leck. Jahre. Später. Ach ja. Ich stelle mich jetzt schon mit grün mir Bart vor. Ähm, wir können ja mal kurz gucken. Wie sehen wir denn aus? Ach so, das dauert jetzt ein bisschen. Ach, mit den Fallen verschossen. Bischossen. So sehen wir aus. Naja, gut. Ach. Ist schon. Zu Ende. Geht doch. Ähm, ich glaub den Sand bekomm ich jetzt, äh, die Kiste bekomm ich da jetzt nicht wirklich, ne? Du. Darf ich? Eigentlich darf ich nicht indirekt, aber ich meine, da, da. Wenn der Sand drauf ist. Holzschaufel. Rückstoß. Cool. Wenn der Holzschaufel angreifen. Äh, komm ich denn? Ja, ich komm noch zurück. Also wie hätte ich das jetzt schaffen sollen ohne? Das soll er mir mal zeigen, der Ju. Okay. Ich will natürlich nicht runterfallen. Überhaupt nicht. Ach, da unten ist der ganze Sand. Toll. Ach, die schöne Insel kaputt gemacht. Aber gut, wir haben jetzt den Blue Key. Und das bedeutet, wir können zu der nächsten Insel. Oh, nee, bitte nicht. Wenn das zusammen kracht. Okay, da habe ich ja acht Jahre leck. Lecks. Wie auch immer. Nee, kann man das kaputt machen? Ich denke schon, ne? Durch irgendeinen Block platzieren. Bitte nicht. Okay. Klettern wir hoch. Hopps, 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 hopps. Okay. Ach, das sind Leitern. Okay. Bitte, wenn... Oh, wenn der ganze Plan nicht zusammen kracht. Ich... Boah, nee. Ich glaube, der ist... Der schmiert die ganze Aufnahme ab. Und, und, und... Fraps und, und, und alles. Kaputt, ne? Und... Da unten ist weg. Achso, Arena Key. Goldschwerte. Emeralds und Smaragdor. Äh, ja, wir nehmen. Smaragdor sind Emeralds. Irgendwas im Ofen? Nein, ein Bett. Nein. Ich weiß es aber noch nicht, oder? Das war so ein Secret gesagt, du Kumpel. Äh, hier unten irgendwas. Ich habe ja länger Atmung. Eine Angel. Soll ich jetzt fischen, oder was? Möge ich das verstehen? Okay, ich nehme mir das als Secret an, aber ich nehme an, ich soll nicht fischen, oder? Wo soll ich denn hier fischen? In dem Teich würde bestimmt keiner anbeißen. Ich meine, ein bisschen Luftfische sein. Na gut, gehen wir in den Arena Key... Äh, Arena. Hops. Bein brechen. Yay. Und...